Haaah... Nja, wir können angreifen. Das ist wohl wahr. Ich greife nur mit 6 an, das... Das ist so peinlich eigentlich... Ähm... Hier unten. Der Tipp ist wohl wahr. Dann haben wir... Ja, gilt, gilt. Aber wir haben hier plus drei Schaden per Rottes. Hier oben haben wir vier in den Neuner Quadrat. Das heißt, es dürfen wir zwölf machen, ja. Aber nicht schlecht. Und zusätzlich haben wir auch noch einen Haufen Zeug gesammelt. Ja, wir können einfach angreifen. Das ist vielleicht... Es macht zwar nicht viel aus, aber es macht was aus, immerhin. Ich muss auch verhindern, dass der Rote zusammenkriegt, ganz ehrlich. Die schnapp ich mir dann lieber. Ah, Mann. Ah, jetzt ist es kritisch. Der hat seinen Sandsturm wieder parat. So. Das ist sehr schlecht. 24. Warum hat das gerade vorhin so viel Schaden gemacht? Wer hat nur mehr als 24 live? Oder? Oder auch nicht? Hm. Ich bin auf jeden Fall schon wieder bereit. Das macht mir Sorgen. Ähm. Minus. Hier so. Und dann fehlt nur noch eins. Nur sechs. Der variiert. Okay. Aber wir... Beenden das jetzt endlich. Mit 21 hast du live. Also, es war gravierend anders als vorher. Mein Kompliment! Ich hatte schon seit einer Weile niemand hier besiegt. Ja. Ja, wir sind bereit für ein Duell. Nummer drei von sechs. Das zieht sich jetzt noch ein bisschen hin, aber... Was hilft's? Ich will gar nicht rausfinden, was der für Spezialfähigkeiten hat. Ganz ehrlich. Mann! Ich hab's ihm wieder gut hingetan. Ja, das... Wird von Gegner zu Gegner wahrlich schwerer und schwerer, hab ich so das Gefühl. Was soll denn... Eiswall... Oh nein. Was ist denn jetzt echt... Nein, ich bin so dämlich. Ja, ich hab's gesehen, nachdem ich's gedrückt hatte. Oh. Oh. Ich sollte auch mehr... Ach, auf die Schwerter gehen. Ja, der erste Angriff ist doch tatsächlich... Um einen ganzen Angriff zu blocken. Was ist denn das, bitte? So. Ähm. Die verlieren das grandios. Das ist ja... Traurig ist das. Ja, übertreib's halt noch mehr. Das wird ein sehr, sehr hartes Kampf. Das ist... Wie können wir das noch gewinnen? Er hat ja nur... In Anführungszeichen nur 48, 11. Das ist ja eigentlich nicht so viel. Und wir haben ihm nicht einen einzigen Lebenspunkt abgezogen. Nicht einen einzigen. Oh Mann. Okay. Von Anfang an gut stoppt und hier das Ganze durcharbeiten. Ähm. Ähm. So. Ähm. Ja. Sehr gut. Zusatzzug freut mich. Erdbeben freut mich nicht. So. Ich hätt' gern mal vier Schwerter nebeneinander. Mann. Er ist ja mit seinem Eiswahl richtig nervig. Die machen so viele Schaden. Die machen so viele Grundschaden. Das ist voll unfair. So. So. Das ist so lächerlich. Das ist ein Eiswahl wieder parat. Verdammt. Ähm. Ja. Aber ehe das passiert, kann ich den hier machen. Ich bräuchte ein blauer. Okay. Ich geh mir jetzt nicht. Außer natürlich. Äh. Achso. Ich kann mir die anschauen. Okay. Dann versiert die nächste Schadensquelle. So statt 18 für die Gewählen verursacht 15 Schaden. Das ist natürlich geil eigentlich. Ich dachte, ich kann nur bei uns manövrieren. Aber okay. Ähm. Jawoll. Oh. Das ist gar nicht übel. Aber ihr könntet noch besser sein. Ja. Ich arbeite dran. Ich arbeite wirklich dran. Oh Mann. Ja. Ich bin bereit für ein Duell. Das zieht sich jetzt noch ein paar Folgen hin. Es tut mir aufregend leid. Aber was sein muss, muss sein. So. Vielleicht erst mal. Vorsatz 10 Schaden. Spielt nochmal. Das ist ein geiles Power-Up. Halt 10 Lebenspunkte. Spielt nochmal. Alter. Das ist gemein. Das will ich auch können. Not. Rot und Geld sollte er tunlichst nicht kriegen. Ähm. Ja. So viel dazu. Sehr schön. Okay, so. Was gibt es? Ein Zusatzzug, das nehme ich sehr gerne. Das kriegen sie vielleicht etwas besser, aber auch nicht wirklich. Dann machen wir das hier. Er kann sich halt heilen, das ist halt... Ja. Und er darf danach nochmal spielen, das ist halt... Das hat sich eigentlich jetzt... ...einfach nur nicht gelohnt, eigentlich. Na auch. Ja. Hallo, ich will auch noch mal. Mann. Das fiese Plagegeist. Dauert ja Stunden, bis wir den besiegt haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum haben die alle einen größeren Base-Schaden als wir? Das ist irgendwo ein bisschen uncool. So, erstmal so. Dann den hier. Komm schon, hör auf damit. Das ist jetzt ein echt gleicher, sehr uncool. Ja, toll. Wir brauchen, glaube ich, bei jedem irgendwie zwei Versuche. Das ist ja echt traurig. Ja, wir sind zu einem Duell bereit und diesmal werde ich dich besiegen. Und ich weiß, was du kannst. Das war sehr gut. Nein, oh Mann. Das war doch so klar. Alter. Schnauze. So. Ich hätte gerne zwei Zusatzzüge jetzt. Mann. Ähm. Ähm. Verdammt. So war es jetzt nicht geplant. Ähm. Nein, ich will immer mit der normalen Taste, mit der man abbricht, abbrechen. Und mit Angriff brecht man in diesem Spiel hier ab. Deswegen verdrücke ich mich die ganze Zeit. Ähm. Zusatzzug holen. Das ist nie verkehrt. Ähm. Dann. Mit Fina haben wir hier drei. Das ist ein bisschen aufheilen. Das kann nicht das Schlechteste sein. Ähm. Den hier. Und den hier. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das jetzt kommt. Okay, hier haben wir nochmal drei. Sehr schön. Das Fina kann uns mit 20 heilen. Ich hab's gewusst. Okay. Das ist ein bisschen. Das war's. So, wir haben, glaube ich, wirklich genug von dem ganzen Zeug hier. Jetzt gehen wir mal wirklich hardcore zum Angriff über. Ja. So viel dazu. So. Und damit hätten wir's. Sehr gut. So. So. So.